1, 2, 4 1, 2, 4 Diesmal total verunglückt Das wird dem besten Ist nicht jeder Tag Sonntag Hahaha Wer kommt gerannt? Wir Wir Ich lauf aber gleich wieder durch Okay Das gleiche Spielchen wie gerade Ich geh mal mit Stefan mit Ja Anser oder? Ja Bleib du am Stefan ran Das ist ne gute Idee Ja ich wollt gucken Nicht dass hier wieder einer auftaucht Hm Von hinter uns können auch noch welche kommen Ich geh von der Batterie Ehrlich? Ehrlich Alter, dann nimm sie nicht Hast du den Müll mit? Nein Nein Naja Nimm sie mit Aber ich hab Aber ich hab die Panzerbatterie fest schon Ja deswegen nimm sie mit Komm dann bringen wir dich zum Sprawline raus Genau dann geh ich direkt Mit der Hüsse Metall? Seid ihr Metall? Wer ist Metall gelaufen von euch? Keiner Ja Ja Komm dann Nice. Bin nicht sicher ob noch einer ist. Der Pistolero des Vertraums. Ja, der reicht aber auch. Der reicht manchmal ja. Level 28. Mit guter Munition. Gubi, du müsstest jetzt eigentlich hier gerade runter. Gerade runter und dann links oder was? Einfach gerade runter Richtung Simba Berg laufen. Da kommst du genau auf den Panzer. Okay, dann geh ich mal runter. Ja, ich geb dir mal Rückendeckung. Weil das ja auch nicht mehr schrei ist. Schwuppdi-Bub. Bisschen Rechts halt. PST geht es nicht an, aber... So, kommt schon. Wir gehen raus. Sehe ich nix. Und der Röbel habe ich auch bis jetzt noch nix gesehen. Ja. Das ist ein A-Bacher. Ich muss mal gucken, wenn ich Stimmes finde, dann schmeiße ich sie dann. Spall. Splei. 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 Das ist eins und so eine Kacke. Ja, genau. A-H-T-Dings der Bums hier. Was ist denn das für ein Kackesborn? Auf der Wiese. Wir könnten uns rüber machen. Ja. Hinter markieren. Und dann passen wir uns von hinten nach vorne zurück. Das ist gut. Wollte ich jetzt hinten erst die Tanks und so alles markieren. Da geht es schon los. Fahr laut scheinbar. Das ist nämlich geil. Jetzt hinter zum Bahnhof sollte man eigentlich recht easy kommen. Wir müssen an ihrem Buden vorbei rennen. So, ich stürze mich los. Oh, sie haben uns schon entdeckt. Alter, sind das nur ein Söhne. Okay, dann gibt es jetzt Karsala. So, von hier müssen wir einfach bloß jetzt gerade rüber, äh, rechts da rüber. Ui. Ein leichtes. Einfach nur. Da geht es ja. Und dann müssen wir die dort vom Dach schießen. Weil wir müssen hinten am Bahnhof lang laufen. Ja, das ist es ja. Ich bin mal wieder weg. Viel Spaß. Danke, Bommel. Ich will jetzt mal Customs unsicher machen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Drück dir die Daumen. Wir sehen uns. Danke fürs Reinschauen. Ich muss eins für die Kosten noch in die Renn zu nehmen. Ich guck mal, wie viel Glück ich werde. Äh, 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 ich... Mach's nicht. Dottore Krillow, bitte. Wir können nur abhaken. Ich renne jetzt rüber. Okay. Ich nutze die Kunst der Stunde, um rüber zu rennen, Jungs. Kommt. Es funktioniert. Kein Schuss löste sich. Von diesen Hirnbrennluten. So, jetzt können wir sie... Jetzt können wir sie auch nämlich halbwegs gut ins Visier nehmen. Ach, halbwegs. Na ja, die sehen dich halt immer schnell. Mhm. Doch, da krieg' doch die aber am Berg schielt. Da kommt doch gleich am Berg geflogen. Ja, ich bin nach hinten. Boah, was? Hab ich's nicht gesagt. Ich hab' ihn, ich hab' ihn nicht gesehen. Ich hab' ihn nicht gesehen, Digga. Scheiße. Ich räum' mal dein Zeug weg. Ja, nett, nett. Das ist aber ein Spieler, aufpassen. Der hat eine ganz andere Pose. Der könnte euch vielleicht auch noch holen. Ich hab' doch Ausdauer, Junge. Aber was wackelt denn er so? Was? Ein Spieler? Ein Spieler, ja. Aufpassen. Ja. Also der Einruck am M.G. ist weg. Hat der aus dem Gebirge hinterher auf dich geschossen? Ich weiß es nicht. Mit einer Mosin wahrscheinlich. LPS. Vielleicht den Weg, den wir gekommen sind, mal vielleicht abscannen. Ja. Ja. Okay, ihr haltet den Rücken frei, ja? Ja. Ja. Ich guck mal hier. Bei den Rogues. Ich hab' Luftanhalten gedrückt und er hat gewackelt wie ein Blöder. Nein. Ich hatte aber noch genug Ausdauer. Das ist wahrscheinlich, weil er nicht komplett in den Knien war, sondern bloß so halb geduckt. Millionsverlinien. linesverlinien. Ich lasse nicht. Ich lasse nicht. Schrei nach. Ich lasse nicht. Deshalb ich das auch mal. Ich lasse nicht. Ich lasse nicht. Ich hab ihn. Ja, gut. Den Hund würde ich mir mal gerne angucken. Ja, da hast du auch Flecke weggeholt. Also er ist weg vom Fenster, würdest du auch sagen, oder? Ja, ja. Da sind halt richtig weggeholt. Hoffentlich ist nicht noch einer da, aber das muss da gewesen sein. Da klappert doch einer mit einer Waffe. Das bin ich. Das bin ich. Ne, das war doch hier hinterm Pferd irgendwie. Ja, das bin ich. Ah, ok. Jetzt hab ich's kapiert. Das dauert nicht mehr. Alter, ich bin's. Du bist es kapiert. Ich bin das. Ich bin das. Drehrum, bumm, oh nein. Hä? Habe ich den doch nicht umgelegt? Habe ich den doch nicht umgelegt. Es war aber weg vom Fenster, Alter. Hä? Wo lag er denn? Komisch. Hä? Nee. Ach, doch. Nee. Ja, der hat so runtergerutscht, oder? Ja, ich seh ihn nicht. Scheiße. Boah, ich dachte, ich hab ihn in den Schädel geschossen, Alter. Vielleicht so. Der war aber direkt danach nicht mehr da. Ja. Hat er mich irgendwo in die Seite gekippt, oder so? Was ist eigentlich mit meinen Jungs sitzt da hinten rum? Statt mal mit zu suchen und zu helfen. Falls er doch nicht tot ist. Das ist eine Deckung. Ja. Hier ist... Es gibt ja keinen... Ah, okay. Nee. War das aber auch der Feld, oder war das noch eins weiter? Ja. Ich weiß es nicht. Ich hab halt durch Scope gesehen. Ach, hier liegt er. Schauen, hier liegt er. Er ist nicht runtergerutscht, sag ich doch. Nee, er ist nicht runtergerutscht, aber... Nein? Nö. War einfach irgendwann ein Bett noch weiter hinterher. Ja. Was? Ah, 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 ah. Okay. Ich bin bei dir, Matze, gell? Okay. Cool, danke. Ja, lass mich hier rumspringen. Aha. Mach die Weste einfach im Rucksack, die deine schon mal an und dann Gäste stecken. Naja, jetzt hab ich's schon. Aber das wäre eine gute Idee gewesen, ja. Oh, wer schießt? Das war ich. Ah. Oh, da läuft einer schon unten an der Mauer. Das bin ich, das bin ich. Okay, okay. Rennenweil, boah. Rennenweil, boah. Oh, na, Stefan, wie ne Katzen, Junge. Was? Einmal hier, einmal da. Wenn da rennt was. Was? Auf der Straße? Im Gebäude. Ach so. Da bist du ein LKW, müssen wir es schaffen. Da sind die Drogenbude rein. Mhm. Ach man, schon ein Schaf. Krass, schon. Feuer. Feuer. Was? Au, 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 au. Lauf, lauf, lauf. Baum. Geht doch weg. So, hier, die Kamera. Ich muss hier das Ding auch hier platzieren. Ja. Jetzt kommt's. In den Dreck. In dieser Drecksbude gibt es keinen Loot, oder was? Nö. Ja. So, das haben wir. So, dann rennen wir schnell raus. Hast du, ist schon abgelaufen? Hier, vor zehn Sekunden, oder? Ja, alles. Ja, alles passiert. So, jetzt raus und rechts rum schnell. Binder. Sekunden. Ja, wieder bis hin an die Wand. Ey, wie sehen sie uns denn, Alter? Wie weit schießen die uns tot? So, da unten sind die Container. Äh, die Tanks. Die brauche ich nicht. Ach, du brauchst nicht? Ach, nee. Ach, nee, ach, das war jetzt, Schatz. Hast du die Tanker noch nicht? Die habe ich schon. Ach, die hast du schon. Ach, die hast du schon. Ach, die hast du schon. Ach, so. Ach, so, dann brauchen wir jetzt, ach, das Wort schon. Die anderen Tanks, ja. Ja, warte. Hier vorne schießt irgendwas. Mhm. Ich sehe halt nur... Du schwarzen Klumpen, Junge. Mhm. Von hier ist blöd, irgendwie. Vom Beigniff aus, haben wir auch keine Sicht, ja. Wie ist das? Okay. Oh. Oh, das ist gut. Uiuiui. Ach, wer sitzt da hier? Okay, lass es dir schmecken. Warte mal, ich guck mal weiter vor, vielleicht kriege ich ihn von vorne weg. Ja. Allerweise, ja. Ne, das MG scheint auch nicht besetzt zu sein hier hinten. Hm. Ja, das ist das MG auf der Wasserhalle. Ja, das ist ja eins nach hinten und eins nach vorne. Ja. Und wenn es nach vorne schießt, ist es uns egal. Ja. Danke, Dreherumbum. So, ich lauf erstmal jetzt zu der anderen Halle runter. Das ist wahnsinnig. Na ja, was willst du machen? Ich komm mit. Von hinten krieg ich auch keine Wäsche. Du sitzt nach hinten in den Berg im Container, oder? Ich sitze hinten im Blau-Container, ja. Also Richtung Straße. Hauptstraße. Wenn ihr die Halle durchlauft, kommt ihr direkt bei mir dann raus. Was braucht das? Was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo bist du rausgelaufen? Hinten raus? Naja, aber jetzt sag mal bitte. Ich weiß schon wieder nicht, was hinten ist. Wo das große Tor ist im Meer ausgabend. Warum das? Was war denn das jetzt? Da hat wieder einer gesniped im Berg. Ich hab gesagt, durch die Halle durchlaufen, dann kommt ihr zu mir. Dann lauft ihr da raus, wo ihr rein seid. Nö, selbst nö, gar nix. Naja, natürlich nicht. Einen Schuss, alle Beete tot. Ach, alle beide. Ja, klein mal gemeldet. Das hat er doch vergessen. Der hätte man doch gehört, oder irgendwas. Nichts. Noch nicht mal gesehen. Ne, ich hab eben mal geklatscht, alle Beete tot. Naja, gut. Ist schon. Ja, nicht in den Kopf, alle Beete, oder? Ist schon grenzwertig. Das hängt alleine hier. Oh, unsichtbar. Stimmt. Glasklar, wie unsicher. Oh. Standet ihr hintereinander, oder was? Ja, ich grüß mich. Also hätte ich so ne Kugel, die um die Ecke fliegt. Ja. Winkelgeschoss. Winkelgeschoss. Okay. Schönen Abend. Ich bin auch schon mal weg. Okay. Stefan. Jo. Bis denne. Ciao. Ciao. Gut. Nein. Meine Auffahrer weg. Nein. Meine Auffahrer weg. Nein. Hoppachki. Nein. Ist das okay? Oh nein. Es ist kein Bonus. Weil du auch kein Mot als Zuckerplatz grappelt hast wenn du den probably skynd an überhaupt Gut, gl Rest. Nee. Hörig. Oh nein, Musst du mir die Scheiß Knochen brechen, Alter von dem Rohr? Alter. Ich springe über das Scheiß Rohr und breche mir die Knochen. Es sind doch keine so nur, 20 Meter. Ich bin doch schon von Höher runter gesprungen und habe mir nichts gebrochen, Alter. Hör doch auf, Mann. Das geht mir richtig auf den Sack, Alter. Da hat von so einem Skeff-Spieler über einen Haufen geschossen. War das derselbe? Das ist sinnlos, Alter. Sinnlos. Nö. War das bei euch auch ein Skeff-Spieler? Nee, ist ein anderer. Ja, ja, aber ein anderer. Ach so? Ein Skeff-Spieler hat euch über einen Haufen geschossen? Ja, ja. Mit einem Schuss Winkelgeschoss. Liebe. Liebe.